ARD Text im Auftrag von Funk Geh dafür hast du ja Du Azubi Aber noch bist du ja nicht Noch bist du ja nicht Ein kleines Azubi was laber ich eigentlich Ja echt mal ey Du brauchst vielleicht mal ein Studium Man kann auch nicht sehen Hast du studiert oder was? Ich denke ich habe Wolle wolle Was? Ja Was ist hier 3 1 2 1 2 2 3 3 Also dann hab ich von hier nach da ne Verbindung, dann müsste natürlich da auch komplette Verbindungen fehlen. Was denn, verlierst du ja? Ne, wir machen erst Dragon und dann kann ich mir meinen Infinity Blade holen. Ich hab da verliert. Es steht 6-3, Frank. Sag ich schon. Noch ist, oh fuck, ohne Scheiß. Alter, du hast sowas von verloren. Du kannst ja. Ich hab 55 zu 6. Wir haben so verloren. Ja, das ist, ich weiß ja, das eine Game, wo es irgendwie so 20 zu 7 stand. Das können wir nicht mehr gewinnen, Frank, nur du, Fidesz. Ja, genau. So ein geiles Ding, ey. Das können wir nicht mehr gewinnen, Frank, nur du, Fidesz. War das mit mir? Ja, das war mit dir. Da haben wir, glaub ich, 5 vs. 5 gespielt. Okay. Ich war einfach mega mad, weil ich nichts erreicht hab. Ja, auf jeden Fall. Du mit deinen dummen Warts aber. Selbst Warts! Hier Warts! Da Warts! Am besten, letztens, hätte man sofort, wo man anfangen, direkt erst mal 15 Warts gekauft, ey. Ja, ne logisch. So 5 Warts, äh, Warts-Stones. So richtig krass, aber. Worte doch endlich! Ja, ich kann schon Pilgrant sein. Ich hab so was kindliches Süßes an mir. Oder? Wer sagt denn sowas, Frank? Dass ich Pilgrant sein kann, keine Ahnung. War jetzt so ne Vermutung von mir. Basiert da auf, ähm. Ungefähr da drauf. Mhm. Ich fühl mich grad so, hier seh ich ja hinter meinen Zaun, dass ich grad voll Schiss hab, aus dem Zaun raus zu gehen. Ich hab sowieso mal mit haben, bei Minecraft so viel Schiss irgendwie aus dem Zaun raus zu gehen. Weil ich Don't Starf spiele und wenn du da irgendwie Scheiße baust, dann, äh, ja, ist die Scheiße gebaut, ne? So ist das nur mal solchen Spielen. Und, ja. Mhm. Ja, ist da gut, hör auf. Er legt's echt drauf an. Ihr bleibt da. Ich muss mich konzentrieren, ich kann nicht immer auf alles antworten. Das klingt einfach so, das ist einfach so beruhigend, weißt du? Das ist so. Das klingt einfach so. Redest du mit mir, du Abschaum? Ungefähr so klingt das. Ich stell mir doch so ein kleines Kind vor, so. Interessiert mich nicht. Das verletzt mich. Irgendwo. Super. Easy peasy. So, jetzt die Ecke noch voll. Die Ecke noch voll. Da drüben noch. Oh, jetzt kann ich direkt mit Aesthetics weitermachen, Xell. Ah, fick dich da. Sehr schön, da haben wir unser wunderbares, ähm, Wassergrundstück hier fertig. Ah, Leute! Really? Ich find dein Englisch auch voll cute. Das geilste Mot, was er immer raushalt, was ich mega feiere bei ihm. Das ist so. Das kommt einfach so, immer so geil, als wenn Chewbacca irgendwas sagt. Nichts gegen dich. Weißt du, haust das immer so raus für Chewbacca, wenn der, weißt du, wenn der anfängt zu brüllen. Hahahaha, ist ... Ja, so glücklich bei dir immer. WUUU! BRRRRRRRRRRRF! Pass grad voll zu der Mucke, die grad läuft. Die Heute zu Banken du hast schon leicht Schaden oder? Ja ich das Wunder dreht So Ich baue mir dann Axt Gras ab, wo ist derjenige der mich dann so belehren möchte Du 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 So der Spaß da auch noch weg So Oh ich seh gerade Das ergibt so gar keinen Sinn So und dann probieren wir doch mal aus wie das jetzt aussieht mit den Brücken hier Super, hab noch nie ne schönere Brücke in meinem Leben gesehen Nein wirklich wunderschön Ähm Moment, da brauchen wir jetzt eine Workbench her Dann nehmen wir uns das schönste Holste zu finden Eigentlich nur jetzt Dann nehmen wir uns das schönste Holste zu finden Styropor Deine Liga oder was? Ne meine Liga ist Silber 2 gleich Sag ich doch Styropor Was bist du dann? Dreckhaufen Ich Dreckhaufen 2 Ich Ne ne ich bin ähm Moment Lass mich drüber nachdenken Anwesend Elli alter Der kommt an Versteh ich nicht aber freu dich ruhig weiter darüber Wie denkst du immer so schön? Aha 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 Klingt aber recht ätzend ey Ja sag ich doch So richtig wie so Mein Leben macht keinen Sinn mehr Weißt du wieso Oh mein Gott ey Oh mein Gott ey Sieht irgendwie nicht so cool aus wie ich mir das vorgestellt hab Oh nein Oh nein Was war's denn? Gegnerisches Ass? Ne Ich bin grad richtig Schrott gemacht Aber ich bin grad noch so entkommen Das war worth Worth Oh mein Gott da farm man Dieser farm? Dranke den will ich haben Was sind für ein farm? Bestimmt so 5 Millionen Minions Plus Minus 2 Komm sehr realistisch Plus Minus 2 Alter Das hab alle bekommen Ne es waren gerade 36 Minions 36 Minions? Ja Okay Ah ne Quatsch Hat er davor noch 3 Jungle Monster Äh 33 Weiß ich Er ist dass selber so behindert Однако rer Merf. 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 Oder? Findest du nicht, dass es gleich behindert ist? Ja. Merf! Merf. Haben wir's dann. Ich glaube nicht, aber wir können das erstmal belassen. Ja. So. Shit. Merf. Oh, den Fight habe ich auch nicht gewonnen. Weißwürfer, sag ich doch. So. Jetzt haben wir erstmal genug Zäune. Merf. Ich hoffe, dass das am Ende gut aussieht. Momentan bin ich noch nicht so überrascht und begeistert davon. Merf. Merf. Es liegt jetzt was in der Luft, Frank. Entschuldigung, war ich. Was? Was? Merf. 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 Er sieht da ganz neckig aus was ich hier treibe aber. Was war's denn so schönes? Na ich habe so aufm kleinen Gründen. Beziehungsweise mit wem? Mit dem, mit dem Zaun. Klingt komisch? Ist aber so! Ist auch so! Yo! Doppeltötung! Wurft! Wurft! So! Die Musik passt irgendwie grad voll so. Ich baue hier so ne Art... Weiß nicht, so verlassenen, ähm... Kaputt gemachten... Ort... Mit Wasser. Ich denke das beschreibt die Situation ganz gut. Eieieiei, manchmal... Manchmal, aber nur manchmal... So ne Seenlandschaft mit lauter Brücken so... Kaputten Zäunen, musst du dir das so vorstellen? Sieht eigentlich ganz neckisch aus, aber gefällt mir noch nicht so ganz. Mhm. Ich spring jetzt auch grad gar nicht auf den mhm an, weil ich grad sehr konzentriert bin. Eier! Ich sag jetzt mal Eier. Okay. Eier. Wer ja keine hat, muss das halt betonen, ne? Ich hab gesagt, ah ja, nicht Eier. Jetzt hast du Eier gesagt. Alter. Manchmal bist du echt anstrengend. Aber auch nur manchmal. Nur manchmal. Nur manchmal. Gib's zu du hast mich. Gestern auf dem Fahrrad gesehen. Uaaaah. Jetzt möchte ich mal ganz kurz im... Doktor Sommer Pack anschauen. Danach switchen wir mal das Pack wieder aufs nächste. Oder Herr Sommer. Herr Doktor von zu Sommer und... Ich geh mal schlafen. Dann hoffen wir mal, dass die Bäume schnell wachsen, damit ich mir das reinziehen kann, weil wir haben ja kein Bonemeer hier. Oh, warum hab ich kein Bonemeer? Ist doch vielleicht nicht so intelligent mit auf der Suche zu schlafen. Okay, ist kein Zombie reingekommen? Wie zum Teufel sind da jetzt zwei Schafe reingekommen? Erstens, wo kam das erste her? Und zweitens, wie ist das zweite in das Gatter jetzt da reingekommen? WTF? Achso, wir hatten ja vorhin das Star Wars. Das sind bestimmt so Klonschafe, die sich jetzt duplizieren und replizieren und dann am Endeffekt haben wir 3 Milliarden Schafe und sie werden die Landwirtschaft übernimmt. Das ist der einzigste logische Grund. Hm. Wazo. 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 Was hier geistet ist? So richtig Behindert esse. Verstehst Du viel? Aha. Wazo. Wazo. 느낌 一 resultados. Ich weiß nicht wer das konnte, irgendwer kann auch richtig gut das Schubaka Geräusch nachmachen. N investedn oss So ein geiles Geräusch hab ich echt lange nicht hört! Ne kann ich nicht. Ja ich bin mir ziemlich sicher, dass du das kannst! Du musst ihn nicht zeigen! Ha, haha! Ich will dir auch meinen Penis nicht zeigen! Nicht wieder! Was? Nicht wieder?! Ja! alle jahre wildbeuren äh quatsch wahren zählt es war kalt frank weißt du noch damals leute das ist nie passiert ist auch nur alles spieler dummereien hier was wir machen es ist nie passiert wir sind beide heterosexuell ich krieg für den elister noch 76 gold alter er hat 012 76 ja er hat 012 leicht wenig ein bisschen viel ist gut würde gern ein paar pilze hinpacken aber es geht leider nicht ich mag ich glaube ich dir sogar so wie die menschen drauf bist so überall wo man natürlich nicht hin soll kommt jetzt mal so kommen jetzt mal so ein paar büsche hin ja das war's mit den paar büschen die sind wirklich alle super lang gehalten ich will mir glaube ich noch mal ein paar büsche ich weiß übrigens unser ganzes baum hier hin ist wenn ich mir die wiese hier so angucke ich glaube ich hatte wieder meine fünf minuten so alter fünft hängt es ja bei euch im team ja ja klar ja was jetzt fünf also wenn die so halber tank die spielt halt sehr auf leben lasst sich doch nicht doch ist es nicht ja klar kenne ich das in die bild mit dem zeit genau so was und kette löst und so was aber so ein halber tank habe ich auch noch nicht gehört mit den ja aber schön weil kommen sie leben diese hat dann das ist schon schlecht weil maokai 290 rüstung rauben 250 rüstung nach oben senk habe ich auch noch nicht gesehen und da ist nur 32 rüstung wer den joke nicht verstanden hat sollte bitte nicht kommen ja ich einfach nur alter diese annie meiner edo wäre das gar keine suchtnummer aussage frauen denke habe ich noch nie gesehen sollte man aufpassen was man sagt ja 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 traum keine ahnung mit laner oder was denn sonst schon was anderes gesehen das könnte richtig geil aussehen am ende was ich habe ich am anfang nicht gedacht das ist so aber könnte echt gut aussehen immer so ich baue irgendwie einen scheiß zusammen dann versuche ich den scheiß zu richten aber sie ja dabei